Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sea of Stiffs, ja ihr Lieben, und ich will es mal wieder sagen, Berni, was, Berni, was, Berni, ja ich muss nach unten, was, wir haben, so ihr Lieben, wir sind immer noch auf Snake Island, aber wir sind ja immer noch nicht alleine hier auf diesem wunderschönen Server, oder vielleicht sind wir jetzt schon, wissen wir ja nicht, wir sind jetzt nur ein bisschen vom Sturm weiter weg gekommen, oh, 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 jetzt tauchen wir ja schon wieder, auf Berni, auf Berni, Berni, sorry, ich hab das letzte Mal zu viel gesoffen, ich muss an Steuer hier, Waiti, endlich mal flying wird, aber, sowas von, Mensch, nicht voll crossed, цеaufen, hau's du ab, oh, hör doch auf, jetzt hab ich gar nicht drauf beachtet, wo ist hier mein Ding, ist das jetzt bittig, oder ist das nicht bittig, oder was ist denn das jetzt hin exakt da hat die diese, gönn dir, auf dem Shallйberg, ich bin Tiefs Heaven waren wir auch noch nie. Noch nie? Ja. Wollen wir mal wandern und gucken? Oder lieber nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder nein? Ich würde mal gerne die Aufgaben so langsam oder mir nicht machen. Also dann doch lieber zu der Insel da. Ja. Bist du besoffen? Nein. Auch. Womit habe ich das verdient? Womit habe ich das verdient? Ahoi, du Berat. Ach, du kommst nicht mal. Ich kotze meinen Weg nach unten. Oh Gott, wir sind ja vollkommen vom Kurs. Wir müssen jetzt Nord, Nord, Nord müssen wir. Auf Tüser. Echt jetzt? Ist da geradezu nicht der Dreimaster? Geradezu jetzt wie die Big Betsy da an der Insel? Ja, ich will gerade gucken, du Sufftucke. Jetzt links von uns da? Ist das nicht ein Dreimaster? Oh wow, sowas vor. Oh shit. Zegel! Was haben wir wieder? Wie weit fährst du denn da rechts? So weit, das weiß ich nicht. Ich will da nicht irgendwie nach Nähe von denen. Oh, wir müssen auch eine ganze Weile fahren. Achso. Na denn. Ah. Naja, jetzt ist es, wie gesagt, wir müssen nach Norden. Du fährst ein bisschen seitlich, aber egal. Machen wir einen kleinen Bogen um sie. Wir sind die Bogen-Experten. Ja, irgendwie schon. Wir sind ja noch so lange friedlich, bis man uns dann in die Nähe kommt oder von uns in die Nähe kommt oder sich komisch verhält, dann glaube ich, werden wir auch einfach mal schießen. Ja, ja, ist klar. Also, wenn die uns da eine halbe Stunde auf den Piep gehen, dann werden wir auf jeden Fall... Sack, du wolltest Sack, Sack. Yeah. Sack. Tee saufen, schön nach links gucken. Ey, du drehst den Dreimaster, machst deinen Rücken zu. Dreh dich um. Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Tee saufen, dreh dich um. Tee saufen. Ey. Wie langsam sie dich dreht, du? Hm. Tee saufen, nein. Hedia, nein. Beide, nein. Großes, nein. Nein. Dann guck ich eben dahin. Ich kümmere mich um alles. Nice. Danke. Die Tee saufen, die knabbert schon wieder. Och, die saufen. Saufen ist wirklich ein Gearschund. Aber sowas von. Wenn wir links um die kleine Insel sind, also links kommt jetzt eine kleine Insel, dann müssen wir dann leicht links einschwenken. Kali, die linke, die von uns da. Warte. Ich zeig drauf. Warte, genau. Ja, zeig drauf, dann weiß ich Bescheid. Wie? Ja. Was ist mit der? Ja, ich glaube, dass wir dann leicht links einschwenken. Ich glaube, das ist die kleine Spitze bei mir. Die kleine Insel? Hier. Die Spitze da hinten. Was? Wenn du an der vorbeigehst, an der kleinen Insel, musst du leicht links einschwenken. Ja, ja. Das heißt, leck mich am Arsch, aber das werde ich eindeutig nicht mehr in diesem Leben tun. Boah, kannst du dir ruhig mal gönnen, ey. Irgend geht was, glaub mir. Und mir auch. Also, machst du das? Was? Nicht. Alles gut, alles gut. Du mal, ich hab, ich hab, das war zu schlecht. Ja, wir auch. Hab ich's jetzt selber verstanden. Auf nichts, bin ich zuerst auf. Ah, das hat jetzt Gewitter, toll. Entschuldigung, ihr Leben. Das kommt vom Alkohol. Der Huspen? Ja, du musst dann links rein. Na gut. Boah, Boah. Links. Du doch nicht so schlau. Du guckst doch eh immer. Du hast doch gerade gesagt links. Du du. Jo. Und trotzdem fällst du geradeaus. Weißt du, dass du mich kannst? Bitteschön, links. Du kriegst so ein fettes Links von mir. Echt? Ja. Ich linkse gerade, total. Ich dachte, du kriegst du. Und, ist es dir links genug? Du x-lich schnurst, du linkse. Selbstverständlich. Alter, das war so der komplizierteste Satz der Welt. Und der war auch wahrscheinlich so beschissen. Wie und je. Das war in der Sensible, wo du x-ticken musst. So, das ist die Insel links von uns. Schon wieder links? Ja, immer noch links. Ich weiß nicht, wo du hin willst. Hä, ich hab doch links. Links, wir müssen nach Westen. Ja, Westen. Ich war nämlich gerade Frankfurt. Da ist der Dreimaster, aber deutlich sichtbar. Ich seh's, ja. Oder einer geht hin und das Schiff guckt irgendwann ran. Meinst du? Müssen wir jetzt ausmachen. Meinst du, ihr kriegt die Schiffe mit T-Saufen? Na, T-Saufen muss ja... Oh, das ist ja in Gang. Na, T-Saufen muss ja eigentlich... Also die, äh, links hier jetzt, ja? Also die, ja, dort. Du sprichst dann einfach über die Planke. T-Saufen, du kannst T-Saufen über die Planke schicken. Also, ich bin dann bereit. Ich bin beinahe übers Fass. Oder ich spring von hier oben. Ich weiß nicht, ob ihr hier parken sollt. Oder die suchen auch da hinten, Schatz. Also, das ist mir persönlich viel zu nah. Ich glaub, die laufen wieder auch da hinten. Oh, oh. Ich geh schon mal vor. Sorry. Wieso vor? Ich schreifst nicht. Ich hab aus was in die Attacke gemacht. Witz, 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 witz. T-Saufen, merkt ihr die Insel? Wir ziehen Leine. T-Saufen. Die Kommunikation an Bord ist recht einseitig. Oh shit, oh shit. T-Saufen, sag bitte doch, dass vor mir was kommt. T-Saufen, ich dreh da nach rechts ein. Wenn wir hinter dem Felsen vorbei sind. Und T-Saufen, du zum auf die Karte. Wie heißt die Insel? Ach, ich krieg dich, wir kriegen dich schon. Snack Island, die ist eingekreuzt. Wo ist denn jetzt der Dreimaster? Oder parkt euch hinter den Felsen. Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, die sehen die Meerjungfrau nicht. Positioniert sie sich eigentlich immer anders, denn die Meerjungfrau? Ja, 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 die schwimmt mit dir mit. Alter, naja, Frau Mann, schwimmt mit dir mit. Interessant. Die schwimmt, ich kann nicht nehmen dir, aber sie geht dann weg. Was ist denn, wenn jetzt die Karte kommt? Ich und T-Saufen. Ich wünsche dich. Nice. T-Saufen, wir rocken das. Du kannst dir dann anlutschen. So, fülle die Schweinschlange am höchsten Punkt und versammle die ganze Meute. Grab sechs Schritte. Dein Schlange am höchsten. Ah, ich muss da rüber. Alles klar? Okay, da geht noch was. T-Saufen. Ich sag dir gleich Anker, ja? Bleib am Anker, T-Saufen. Oh, shit. Wieso hat denn der Riesen... Wieso hat denn das Ding ein Loch? An der Steinschlange am höchsten. Anker. Anker, Anker, Anker. Könnte das sein? So wollte ich es eigentlich nicht, aber ja. Aber gut, wir sind jetzt... krass versteckt. Ist was da dunkel hier war? Nö, ne? Sind irgendwelche... Krakenarme hier? Okay, so offen. Hoch mit dir. Halt ausschauen. Warte mal, wir drehen denn nach... So. Oh, keine Ahnung. T-Saufen, bist du schon oben? T-Saufen, bist du über Bord gefallen? T-Saufen. Gib ein Zeichen, wenn du noch... Achso, da bist du. Sag mir doch, dass du hinter mir bist. Alter, schlag mich nicht. Und außerdem brauchst du die Segel noch nicht machen. Wenn wir losfahren, fahren wir nach links und dann fahren wir nach rechts. Weißt du Bescheid? Gut, Steinschlange gefunden. Und außerdem ist es hier schlecht, Segel zu setzen. Sonst ramme ich irgendwo gegen. Ich glaube, wir fahren links und dann rechts. Am Westen und das haben wir die ganzen Meute. Warum die ganzen Meute? Graf 6 Schritte gehen. T-Saufen, das ist richtig, Mann. Alter, T-Saufen. Respekt an deinen Hirn. Ich finde dich toll. Wie lange das einfach nur dauert, bis sich das Teil dann eigentlich mal ausgerichtet hat hier. Oh, die Krake habe ich gehört. T-Saufen, wenn die Krake kommt, musst du den Anker, T-Saufen, und ich beschieße die dann von allen Seiten. Das dazu. Wenn der Anker dann gemacht ist, musst du dann irgendwie an die Kanonen. Und ja, erstmal das. Reicht, ne, T-Saufen? 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 Ja, T-Saufen. Du, du. Ich finde dich toll. Immer noch. Oh, shit. Kriegen wir das überhaupt hin? Ich habe eingelenkt. Ich bin bei der Steinschlange. Siehst du den Dreimaster denn noch? Elia? Ich weiß jetzt nicht gerade, was für eine Insel das ist. Das ist die Mehrungsfrau, also müssen die da hinten sein. Ey, was sind denn immer das für kleine Lecks? Die Drehung. Ich glaube, der Dreimaster ist weg. Oder ist sie ihn gerade nicht. Oh, du Scheiße. Also passt auf euch auf, Mädels. Hier ist offen. So. Seid wachsam. Ich bin die Steinschlange am höchsten Punkt und versammelte die ganze Meute. Grab sechs Schritte den nordwesten Ruhm. Wo findest du die Beute? Vielen Dank. Brauchen wir immer noch einen Käfig. Ah, gefunden. Sollen wir uns schon mal in Bewegung setzen? So langsam, ja. Die ist offen. Du kannst ja den Hintern runter bewegen. Wie sie spurt. Die ist auch ungöttlich. Oder wartet dann mal kurz. Entspannt euch. Ich muss noch auskommen. Ja, aber Eva rumgekommen sind und Eva da rangekommen sind und ich da. Ich muss wahrscheinlich öfters mal korrigieren. Ich muss jetzt hier irgendwie gucken, wo ihr seid. Wie willst du das? Hinter dem großen Felsen hier. Ich muss erst mal gucken, ob wir hier wieder rauskommen. Ich hoffe, das ist der Felsen, wo ich gerade hingucke. Hier saufen geht das auch ein bisschen schneller. Alter, die saufen, ey. Sehr schön. Theoretisch müsstest du uns jetzt hier an diesem Loch vorbeifahren sehen. Nee, ich sehe das Loch leider nicht. Wir sind so eine Schisser, ey. Teesaufen. Nee, wir sind einfach nur vorsichtig. Kommen wir da durch? Soll ich das wagen? Pass auf die Gardeone auf. Soll ich dich aufpassen? Okay, ich sollte lieber außen rum anstatt irgendwelche. Ja, oh, was für ein episches Bild. Ja? Machen wir einen Screenshot mal. Ich habe gerade leicht die Betsy gesehen. Ich hoffe, es war die Betsy. Und hast du es nicht verguckt? Na, links, äh, rechts von euch müsste jetzt die Insel sein. Sie, äh, hat die mehrere Inselplatten da? Keine Ahnung, der drei Straf. Ja, alles klar. Eigentlich müsstet ihr auch die Meerjungfrau sehen. Nö. Ich sehe jetzt noch keine Meerjungfrau. Teesaufen, zurück zum, äh, Anker. Wollt ihr das epische Bild genießen? Wie majestätisch die Big Betsy da um den Felsen geschossen kommt, um dich zu holen. Ich freue mich irgendwann, wenn wir die Betsy von Weitem erkennen können mit der Farbe. Grün! Ja, wir sollten die ekligste Farbe nehmen, nämlich die nimmt keiner. Ich glaube, dieses, äh, rot-schwarze, das bringt... Sieht es wenigstens beeindruckend aus, wenn sich so der Dreimaster auf dich zubewegt. Ja, und ihr, da ist, da sind Vögel bei euch. Oh, treibt gut, ich sehe es. Direkt voraus, bitte, sagt mir, dass, dass ihr das seid. Ich steuert dir direkt auf die Inselzug auf? Ja, direkt mit der fetten Spitze. Oh, okay, ja, dann seid ihr das. Und wir, ja, rechts von uns ist, treibt gut hier. Ja, dann seid ihr das. Ähm, pass auf, Sandbank. Gehst du auf dem Anker? Anker? Ja, okay, dachte schon. Na, hast du gleich die Leiter. Alter, ich bin Profifahrer, ich sag's dir. Lobe mich, Delia, lobe mich. Das hätte ich auch noch hinbekommen. Puh, dann gehst du jetzt an Steuermiläuer. Puh, 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 Puh. Gut, dann packst du die Kisten da unten, ne? Nö, das machst du. Das mach ich nicht. Das bin ich, wenn du... Okay, diesmal haben wir sie alle. Keine Aufgaben mehr. Bitte dreht das Säge jetzt nicht, wenn ich da rauf springe. Wenn du wo... Achso. Hier ist er auf dem Finger weg, vom Mittleren. Richtig? Ja. Kann man eigentlich? Wartet. Oh, das ist auch eine Arschkarte hier. Guck mal nach oben. Wenn man die Kisten hier hin macht. Ja, na klar, wenn man eins weiterspringt. Natürlich. Das ist eine Arschkarte. Das ist eine Arschkarte. Dann komm ich aber nicht mehr hier runter. Fuck. Wir haben Bananen. Ich würde sagen, stellen wir mal den nächsten Außenposten an und bringen das weg, was war uns und so. Ja. Weil sonst leveln wir ja auch nicht. Ist das deine Sau? So, ich guck mal, was am nächsten ist, das wir auch nicht wenden müssen. Wäre südlich von uns, aber an diesen Außenposten gehe ich sehr ungern immer ran. Weil das der Plunder-Außenposten ist. Wird er geplündert? Da wohnen wie immer versenkt. Hä? Warum? Na, weil da die meisten immer hinfahren. Na, dann lass uns einen anderen nehmen. Gut. Aber warte mal kurz, bevor wir los starten. Ich muss eh noch nach dem Besten gucken. Kann das sein, dass ich irgendwie die Rolle des Navigators irgendwie eingelebt habe? Die sind alle zu weit weg. Außer wir müssen nach Osten. Er springt hier mit? Teesaufen! Boah, das hast du leid gewinnst. Kannst du doch nicht machen, Leute. Gibt's hier keine Bananen? Teesaufen, hier gibt's Haie. Schieb deinen Hintern wieder an Deck. Die will immer plündern, die Teesaufen. Überall will sie Gribbel darin haben. Und dann läuft sie sich. Ja. Dann ist das Geheule groß und dann wird sie den Käfig gesperrt. Ich hab das Gefühl. Ich hab das Gefühl. Okay. Nur Bananen gab's nicht. Nee, ich hab immer das Gefühl, dass ein Hai mehr am Poppes geht. Ich glaub... Ich glaube, ähm... Der Dreimaster... Bist du... Ist Richtung... Richtung... Plunderdienst. Wir an Steuer. Elia. Du Profi-Weltmeister. Fahrerin. Zeugs. Was? Gedulds. Mach. Du musst du mir aber... Ich muss eh drehen. Na ja, da wird mir ja schlecht an, aber wir drehen im Direktor. Oh, nee. Dann gehen wir ja direkt ins Gewitter rein. Kann er sein? Da drinnen? Ja. Wow. Ja. Wenn's da lang zieht, auf jeden Fall. Wir wollen das mal mit dem Plunder Dings ausprobieren. Aber dann weißt du es nicht, wo lang. Nee, 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 nee. Dreh mal. Wir fahren jetzt wieder... Na ja, rückwärts. Ich meine... Komplett... Du weißt schon. Fahren wir, ne? Ja. Ab in den Stuhl. Kriegen wir hin. Das ist die Big Betsy, man. Was hab ich gesagt? Westlich? Nee, östlich. Östlich muss das sein. Östlich muss das sein. Was? Hast du es eingekrappelt? Scheißweiß. Ja? Ja? Ja, ästlich. Ja. Die Tee ist auch, jetzt seh ich's auch mal. Endlich! Was? Ist das knuffähig? Ja. 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 Da bleibt man hängen. Es ist ein bisschen nervig, dass man überall hängen bleibt. Ja, heute ist es unvisier extrem. Und wenn der Mästripp. Hängenbleibetag ist auch schön. Ich glaub der einmal ist jetzt nicht rausgekommen, sondern ist hier unten wieder drin. Die ist aufm... Ohhhh... Habt ihr das hier sehen? Ihr sehn hier liegen. Ey, dieses Rattern, dieses Zehenbleiben, dieses... So. Ist total nervig. Was ist denn? Was ist denn? Bis zehn zählen. Eins. Drei. Was? Sorry. Ich war noch nie gut in der Mitte. Ich weiß. Ich weiß. Das ist so schlecht. Da fliegt das Wasser. Däh.. 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 Da müssen wir mal sehen wie Tiese auf mir arbeitet. Links und rechts! Erstmal. Das sah gut aus. Ist das, sind das die Fäßen da vorne? Nee. Nein, nein, noch weiter. Ich glaube, das sieht anders aus. Mich killerts, Moment, mich... Fertig. Ist das nicht lustig? Ah, ist das nicht die Insel, die schießt? Weiß nicht. Ich glaube, das ist die Insel, die schießt. Also, macht euch bereit auf Einschlag. Oder Aufschlag. Oder Breitschlag. Soll ich zurückschießen? Ich zieh... Ich schieße zurück. Oh Gott, nee, ich fahre nicht da durch. Wo tue ich denn? Durch die Felsen vor uns. Dahinter ist der Außenposten. Wir hatten da Spaß. Die Täter. Macht sie da. Ey, bespaßt mich hier oben. Was soll ihr denn? Das ist ein Kalypso. Ja, beide vorne. Alles klar. Ja, danke. Ich habe hier einen freien Zuschauer. Bisschen Musik. Er freut sich, die Kalypse, ey. Alter, wo hänge ich denn hier immer? Dicken Hintern gekriegt, wa? Ich glaube, die ist jetzt zu pein. Soll ich nachgucken, gell? Falsch. Denn, 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 denn. Wisst ihr noch damals, ihr Lieben, Liebenden? Eine Kiste haben wir gleich weggebracht. Jetzt haben wir, wie viele da oben? Freistück, freistück, ihr Lieben, Liebenden. Da freut sich die Täter auf. Da ist der Außenposten. Du kannst dir mein Gebiss leisten. Freust du dich? Da hat der Außenposten aus. Ja, die freut dich. Fängt jetzt wieder von vorne an? Nö. Wir haben es durchgezogelt. So, ich rede jetzt einfach da hin. Rechts, ja. Rechts ist er. Okay. Ich sehe aber auch keine anderen Schiffe mehr. Und die Köpfe sehe ich auch nicht mehr. Den Totenkopf? Nein. Da wollte ich aber hin. Ja, weil ich glaube, ich rechts gerade was gesehen habe. Ach, ne, Gott sei Dank. Ich habe mich verkickt. Verkickt, verkickt. Ich dachte gerade, ich habe den Dreimaster dann gesehen. Keine Krake. Keine Knochenschädel. Nur die Tee saufen. Mit ihren Wiederkäuer, ähm. Wiederkäuer, ähm. Fähigkeiten. 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 Du hast die Fähigkeiten. Hättest du schon gegründet. Ja, ja, ähm. Das ist der neue Adventure. Adventure-Held. Tee saufen. Die Wiederkäuerin. Was ist deine Spezialfähigkeit? Oh, ich kaufe mein Essen immer und immer wieder. Tee saufen. Herzlichen Glückwunsch. Ey, du bist doch doof, ey. Da stellt sie sich da hin und freut sich. Ich wollte dich gerade beschießen, ey. Toi, jetzt hast du mich wieder weich gemacht. Ich lasse es. Mein Herz erweicht. Also Tee saufen, warte, auf Kommando. Uns zur Anker machen. Ach ja, jetzt sind wir gestartet. Warte, hier sind wir... Es wird langweilig, ey. Toi, hier sind wir gestartet. Echt. Total das Piratenleben. Es ist immer noch Tee saufen, wa? Tee saufen, du hast es jetzt gerade total gänzlich verkackt. Aber wirklich verkackt. Alles. Nee, vergiss es. Jetzt stellst du dich da hinten und feierst? Nö. Verkackt, Tee saufen. Ich gehe auch mal nach oben und versuche mal mein Glück. Aber ich glaube, ich werde eine Banane essen. Tee saufen. Halt die Augen auf. Du wartet. Kann man. Pummelt die da gerade am Segel rum? Ja, Tee saufen. Ich habe unten eine Kiste hingeballert. Oh, shit. Ist die eine Kiste? Nö, sind alle schon unten. Ist das dein Ernst? Ich habe mich runtergeschmissen. Probier es doch einfach mal. Wieso? Ich war ja gerade oben. Ich kann doch nichts runterschmeißen. Also, ich springe immer von der Leiter dann runter. Tschüss. Tschüss. Oh. Guck mal, ich überhole. War es mich? Nein. Wir sind ineinander. Wir sind nicht ineinander. Vergiss es. Das würde ich niemals zulassen. Nein. Ich will mich nicht umdrehen. Nein. 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 Wir sind nicht ineinander, aufeinander, nebeneinander. Vergiss es. Ich bin erst. Vergiss es. 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 Alter. Deine Kiste war ja total für ein... Nein. Meine war als erstes. Doch. Das glaube ich einem nicht gut. Doch. Aber Edi, ich würde sagen, wir machen hier ein Aufnahmepäuschen. Schmeißen die Kisten. Lass uns doch die Kiste verticken. Äh. Oh, von mir aus. Mach doch. Damit die Leute wissen, wie armselig diese Kisten sind. Armselig. Wir werden hier noch ein bisschen das Schiffchen voll machen, ihr lieben Liebenden. Voll machen? Äh. Ja. Nein. Nicht voller Kotze, sondern... ... mit Brettern und so. Und Bananen. Achso. Und Kanonenkugeln. Okay. Und Kanonenkugeln. Und Teesaufen bleibt an Bord. Teesaufen! Teesaufen! Hast du gerade hierher gesprungen? Teesaufen? Nein. Das... Ich bin weggesprungen. Ach echt? Teesaufen! Alle Dude! Kannst weiterhin so knuffig sein. Bananen sind hier. Teesaufen! Hast du nicht Bananen gesucht? Oh. Teesaufen und ich machen jetzt Musik. Was? Moment! Ja? Da... Ohja. Gehen wir mal raus. Wie? In der Sache zum Abschluss wollen wir noch machen. Teesaufen, hör mal bitte kurz auf. Lass mal bitte warte. Teesaufen, bleib so wie du bist. Und zwar knucklig. Die kaut sie schon wieder, ich seh das. Was kaust du denn da? Jetzt holt sie sich schon wieder. Teesaufen, du musst echt einen anderen Charakter machen, sonst knuddel ich dich noch. Tot. Wirklich. So Teesaufen, komm mal her. Leine süße Teesaufen, wir haben dich noch nicht eingeweiht. Geh vorne an die Kanone ran und drück R. Ganz lange. Nichts drücken. Genießen. Nichts drücken. Genießen, genau. Und Teesaufen. Viel Spaß. Wo ist sie hin? Teesaufen. Kali? Na gut. Achso, okay. Ne, 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 geh mal, geh mal, geh mal. Teesaufen. Ich hab, ich hab ein bisschen höher gedrückt. Such sie. Teesaufen. Teesaufen. Hey Kali, du schießt mich geil ab. Ja, ich hab's heute auch. Teesaufen. Du lebst aber nur vor dir. Bananen. Ess Bananen. Ich weiß nicht, ob sie fast rausgeflogen ist. Also, mach mal hier ein... Ich hab unsere Rentnerin weggeschossen. Du hast unsere Rentnerin weggeschossen. Teesaufen. Ja. Ist sie wieder da? Ich bin der Preiswerter. Ist sie wieder da? Weiß ich doch nicht, ich krabbel nach oben. Teesaufen. Lebst du noch, Teesaufen? Folge der Glocke. Eis auf ihn. Oder hier, Musik. Teesaufen. Irgendeiner ist am Strand. Wer ist denn da am Strand? Warte mal. Hat die, hat die graue Haare? Ich bin nicht am Strand. Teesaufen, freu dich mal. Jetzt steht die da und macht Bucke. Du sollst dich freuen. Freuen ist besser. Mama, freu dich mal. Nicht hüppeln, Mann. Freuen. Ja, genau. Da ist alles. Steht die, die ist so... Der soll ich gar nicht mehr. Teesaufen. Du bist... Ehrlich. Ach, Teesaufen. So, geht's dir um. Reicht jetzt Teesaufen? Kannst aufhören, Teesaufen. Teesaufen, stopp. Hör auf, Musik da hinten zu machen. Nee. Die ist so du. Die ist so du. Und? Chironimo! Ah! Ihr Lieben, ich mach hier einfach ein Folgenpäuschen. Ja, ich mach ein Folgenpäuschen. Ich hab die falsche Tasse du gedrückt. Der Mond ist aber heute schnell unterwegs. Folgenpäuschen. Folgenpäuschen. Ah, ich leeebe. Okay, Leute. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss. Nenn dich... Flying Betsy. Auf das du nie untergehen mögest. Dieser Schlitzel geht zu buntern. Guck! Nein, sie wird nie... Genau, und dann kannst du dich da rumfuhören. Ich werde mich mal... Nee, wir sinken zu schnell. Guck ihn. Aber, da kommt nicht weiter. Ich ví schon mal. Dresel geht es dir... Bei mir, ich lebe. Bei mir, ich lebe. Bei mir, ich lebe. Oder geht es dir... Boa,���of, bei mir. Vers Dresel geht es dir... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020